Der Tag ist heute sehr wichtig für den kombinierten Verkehr. Wir hatten eigentlich die letzte Innovation vor 60 Jahren. Das war der ISO-Standard-Container für den Seehafen-Hinterland-Verkehr und für den Überseeverkehr. Und jetzt haben wir mit Nigrasa einen neuen Standard geschaffen. Das heißt, wir können eigentlich ganz einfach nicht grauenbare Sattelauflieger von der Straße auf die Schiene verlagern. Das geht dadurch, dass wir keine Änderungen am Waggon vornehmen, keine Änderungen am Sattelauflieger, die Geschäftsprozesse für Fahrer und alle Beteiligten so lassen und das auch noch in der bestehenden Infrastruktur funktioniert.